Nachdenkseiten Die kritische Website Vor Reisen nach Syrien wird gewarnt. Alle Deutschen, die das Land noch nicht verlassen haben, werden zur Ausreise aus Syrien aufgefordert. Ein Artikel von Karin Leukefeld. So ist es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes Berlin zu lesen. Stichwort Sicherreisen. Die Reisewarnung für Syrien werde zwar angeblich täglich aktualisiert, allerdings wurden die Angaben seit dem 31. März 2022 nicht verändert. Seit 2012 seien Sanktionen gegen die syrische-arabische Fluglinie Syrien Airlines in Kraft, ist da zu lesen. Der Erwerb von Flugtickets stelle für EU-Bürger eine Straftat dar. Auch Geld und Kreditkarte seien aufgrund von Sanktionen nicht gültig. Vor terroristischen Gefahren wird gewarnt. Die Sicherheitslage sei landesweit äußerst volatil. Die Kriminalität habe zugenommen und auch Ausländer könnten entführt werden. Die staatlichen Strukturen seien vielerorts zerfallen. Das allgemeine Gewaltrisiko sei sehr hoch und das Verhalten syrischer Sicherheitsbehörden sei oft unvorhersehbar und willkürlich. Jenseits der öffentlich einsehbaren Reisewarnungen erstellt das Auswärtige Amt auch Lageberichte, die allerdings nicht öffentlich sind. Darin geht es um die Frage, ob Flüchtlinge und Asylbewerber in ihre Heimatländer abgeschoben werden können. Diese Lageberichte werden für das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, erstellt und werden bei den Konferenzen der Innenminister der Länder besprochen. Eine weitere Art von Lagebericht des Auswärtigen Amtes wird über die allgemeine Sicherheitslage in einem Land erstellt und gilt als vertraulich. Diese Berichte kann man als Entscheidungsgrundlage ansehen, wie die Bundesregierung sich außen- und innenpolitisch gegenüber dem jeweiligen Land positioniert. Wie werden die diplomatischen, wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen bilateralen Beziehungen gestaltet? Wie positioniert sich Deutschland zu dem Land bei Entscheidungen der EU, der internationalen Finanzinstitutionen wie IWF und Weltbank und der UNO und ihren Organisationen? Wer und welche Positionen zu dem Land werden unterstützt, welche nicht? Wenn eine Regierung einen sogenannten vertraulichen Bericht Journalisten zu lesen gibt, hat sie eine Absicht. Trotz des Etikettes vertraulich will sie, dass der Inhalt an die Öffentlichkeit gelangt. Journalisten eignen sich dafür besonders gut, weil sie sich und ihre Recherche mit dem Etikett investigativ und exklusiv versehen und damit den Wert und die eigene Bedeutung steigern können. Ausgewählt und nah an der Macht, ganz nah dran an wichtigen und besonders bedeutungsvollen Informationen, das steigert die Glaubwürdigkeit. Im vorliegenden Fall hat Tagesschau.de angesiedelt beim Norddeutschen Rundfunk NDR den vertraulichen Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Syrien einsehen können und darüber einen im Schrifttext verlinkten Text verfasst. Die Menschenrechtslage in Syrien sei katastrophal. Eine sichere Rückkehr Geflüchteter könne nicht gewährleistet werden, lautet die Kernbotschaft in der Überschrift. Das Besondere an diesem Bericht ist, dass das Auswärtige Amt zumindest offiziell niemanden in Syrien hat, der die Lage im Land beurteilen könnte. Die deutsche Botschaft ist seit 2012 geschlossen. Der letzte offizielle Lagebericht erschien laut NDR vor 13 Jahren, also 2010. Damals war die Welt noch in Ordnung in Syrien. Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Syrien boomten. Studierendenaustausch, Medienkooperation, Touristenprogramme, Kulturaustausch waren an der Tagesordnung. Im Goethe-Institut drängelten sich die syrische Jugend, um Deutsch zu lernen. Östlich der Hauptstadt Damaskus, entlang der Autobahn nach Homs und Aleppo, hatten sich deutsche Autofirmen in die Phalanx Gläserner Ausstellungspaläste eingereiht. Dutzende deutsche staatliche, halb- und nichtstaatliche Hilfs- und Entwicklungsorganisationen waren im Land unterwegs und berieten beim Wassersparen, bei der Stadtplanung, bei Renovierungs- und Restaurierungsprojekten. Experten aus dem Seniorenprogramm der Entwicklungshilfe SES bildeten aus und bauten auf. Die Deutschen waren beliebt und das deutsche Haus in Damaskus summte wie ein Bienenkorb voller Unternehmer und Investoren, die dort ein- und ausgingen. 13 Jahre Krieg und Zerstörung später hat sich Syrien dramatisch verändert. Doch ist es so, wie das aktuelle Lagebild des Auswärtigen Amtes, vermittelt durch den Bericht bei tagesschau.de, es beschreibt? Der Lagebericht basiere nicht vorrangig auf eigenen Erkenntnissen, heißt es bei tagesschau.de, dass Auswärtige Amt berufe sich, Zitat, unter anderem auf Informationen von Organisationen der Vereinten Nationen. Namentlich werden zwei Organisationen genannt, das UN-Hilfswerk für Flüchtlinge, UNHCR, und das Syrische Netzwerk für Menschenrechte, kurz SNHR. Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Regierungen und den Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen ist Routine. Seit Beginn des Syrienkrieges 2011 ist Deutschland nach den USA der zweitgrößte Geldgeber für Humanitäre und Nothilfe und pflegt regelmäßig Kontakte mit UN-Organisationen wie dem UNHCR, UNICEF oder dem Welternährungsprogramm WFP. Schließlich werden die Hilfsprogramme mit dem Geld der Geberländer finanziert. Und das schafft Abhängigkeit und Verpflichtung. Wer aber ist das in Großbritannien ansässige syrische Netzwerk für Menschenrechte SNHR, das als Quelle genannt wird? Auf der Website der Organisation heißt es, dass das SNHR im Juni 2011 auf Initiative von Fadel Abdul Ghani gegründet worden sei, der die Organisation bis heute leite. Er habe einen Abschluss als Ingenieur von der Universität Damaskus und einen Master in internationalem Recht von der De Montfort University Leste in Großbritannien. SNHR sei Quelle für viele Staaten wie USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Dänemark. In der Selbstdarstellung der Organisation heißt es unter anderem, dass das syrische Netzwerk für Menschenrechte durch Partnerschaftsvereinbarungen und Absichtserklärungen mit vielen renommierten internationalen und regionalen Einrichtungen und Institutionen zusammenarbeite. Neben der US-Administration werden Human Rights Watch, Amnesty International, die Deutsche Heinrich-Böll-Stiftung und andere mehr benannt. Die SNHR-Website listet eine beeindruckende Fülle von Statistiken und Berichten auf, teilweise seit 2011. Da gibt es beispielsweise eine interaktive Karte über die zivilen Todesopfer, die, Stand Juni 2023, mit 230.465 angegeben werden. Eine weitere Statistik gibt an, wie viele Todesopfer Männer, wie viele Frauen sind. In verschiedenen Farben werden die Täter markiert und es wird gezeigt, wie viele der Opfer jeder dieser Tätergruppen zu verantworten hat. 87,4 Prozent der Opfer sollen demnach von der syrischen Armee und sogenannten iranischen Milizen getötet worden sein. Alle anderen im Konflikt beteiligten Kräfte, russische Streitkräfte, islamischer Staat, bewaffnete Oppositionsgruppen, US-geführte Streitkräfte, STF, Hayat Tahir al-Sham, islamistische Turkistan-Partei, sollen Opfer im einstelligen Prozentbereich oder auch darunter zu verantworten haben. Weitere Statistiken gibt es über Verschwundene, Folteropfer, willkürlich Verhaftete, getötete Kinder und Frauen. Am unteren Rand der Tafeln steht jeweils, wie von SHNR dokumentiert. Weitere oder konkrete Quellen für die Angaben werden nicht genannt. Über die Arbeitsmethode, mit der SHNR seine Informationen sammelt, erfährt man, dass Flüchtlinge Augenzeugen befragt werden. Zudem gäbe es einen Fragebogen, über den Personen digital Beobachtungen mitteilen können. Die Kategorisierung und Einteilung erfolgt gemäß der internationalen Menschen und dem humanitären Völkerrecht. Man verfahre dabei in Anlehnung an internationale Einrichtungen wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Warum macht SHNR sich diese Arbeit, die eigentlich Aufgabe anerkannter und erfahrener Untersuchungskommissionen und oder des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, IKRK, ist? Und was macht SHNR so einflussreich, dass es als besonders glaubwürdige Quelle zitiert und hervorgehoben wird? SHNR, Public Relation und der Drehtüren-Effekt Der Auftritt macht den Unterschied. Während UN-Organisationen und besonders das IKRK ihre Informationen nutzen, um zwischen Kriegsakteuren zu vermitteln, um Wege aus dem Konflikt aufzuzeigen und Zivilisten zu schützen, wendet sich SHNR gezielt an Medien und an die Öffentlichkeit, die es dank der sozialen Medien auch erreicht. Mehr als eine halbe Million Fans bei Facebook, Follower bei Instagram und Twitter im fünfstelligen Bereich stellen sicher, dass SHNR seine Meldungen einsetzen und anklagen kann, um die, nach SHNR-Lesart, verantwortlichen Akteure an den Pranger zu stellen. Keine Gerechtigkeit ohne Rechenschaftspflicht, lautet das Motto. Die Verursacher des von SHNR dokumentierten Unrechts müssen juristisch belangt werden. International bekannte Medien wie New York Times, The Guardian, CNN und BBC sorgen seit Jahren dafür, dass die Zahlen von SHNR in den Schlagzeilen sind, wenn es um Syrien geht. Die Zivilgesellschaft, kirchliche Friedens- und Flüchtlingsinitiativen, die in den meisten Fällen keinen Zugang zum Geschehen haben, greifen interessiert, um nicht zu sagen begierig, auf die beeindruckenden Schaubilder, Berichte und Zahlen zu. Regierungen nicht nur in Deutschland und selbst UN-Organisationen nutzen und verbreiten SHNR-Berichte und Newsletter und geben der Organisation dadurch Glaubwürdigkeit. SHNR arbeitet wie eine PR-Agentur, um seine Anliegen zu verbreiten. Stellungnahmen und Berichte über SHNR, die von internationalen Medien verbreitet werden, werden auf der Website ebenso präsentiert wie die Teilnahme von SHNR auf internationalen Konferenzen. Überall, wo Syrien vorkommt, ist SHNR zu finden. Geben Sie Syrien-Menschenrechtslage in eine Internetsuchmaschine ein. Und sie landen sicher bei SHNR. Ein Beispiel für den Drehtüreffekt ist auf der Website von SHNR am 5. Juli 2023 zu finden. Einen Tag nach der Veröffentlichung des NDR-Exklusivberichtes über den vertraulichen Lagebericht des Auswärtigen Amtes ist auf der SHNR-Website zu lesen. Bericht des Deutschen Außenministeriums wiederholt, dass Syrien unsicher ist und zitiert SHNR als hauptsächliche Quelle. SHNR sammelt und liefert die Informationen. Das Auswärtige Amt übernimmt sie und im vertraulichen Lagebericht die Presse, hier der NDR, übernimmt die Aussagen für einen Bericht. Und SHNR unterstreicht seine Glaubwürdigkeit damit, dass das deutsche Außenministerium SHNR als hauptsächliche Quelle zitiert. Wer ist das syrische Netzwerk für Menschenrechte? Ein Blick auf die Geschichte, soweit sie recherchiert werden kann, legt eine deutliche Nähe zur syrischen Opposition der ersten Monate nahe. Die Gründung wird mit Juni 2011 angegeben. Dem Zeitraum, in dem bei einer Konferenz im türkischen Antakya auch der syrische Nationalrat entstand. Dessen damaliger Vorsitzender war der bekannte syrische Oppositionelle Soziologie-Professor Burhan Gagliun, der auch im Direktorium des SHNR saß. Der von dem US-Magazin The Grace Zone recherchierte Hinweis dazu, der im Schrifttext verlinkt ist, ist auf der SHNR-Website gelöscht. Eine Nähe zur syrischen Opposition ergibt sich aus verschiedenen Stellungnahmen des Leiters von SHNR, Fadel Abdul Ghani, der wiederholt eine ausländische Militärintervention in Syrien gefordert hat. Im Mai 2019 veröffentlichte SNHR einen Bericht über den Einsatz chemischer Waffen, welchen es der syrischen Armee und Regierung zuschrieb. Das syrische Regime setzt erneut chemische Waffen in Latakia ein und die USA, Frankreich, Großbritannien und die zivilisierte Welt müssen ihr Versprechen erfüllen, stand auf dem Titel. Eine sofortige Intervention muss durch eine internationale Koalition erfolgen, um die syrische Zivilbevölkerung zu schützen, wie die NATO-Intervention im Kosovo, die übrigens ohne ein UN-Sicherheitsmandat und damit völkerrechtswidrig war. SNHR beruft sich, wie die NATO damals, auf Responsibility to Protect, Eine Schutzverpflichtung, die in der UNO hoch umstritten ist. Schieflage durch Einseitigkeit Die enge Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung und SNHR machen die Einseitigkeit deutlich, mit der die Regierung in Berlin die Lage in Syrien wahrnehmen und darstellen will. Und die doch eine Schieflage erzeugt. Im Lagebericht heißt es, die Menschenrechtslage sei katastrophal, Drohnenanschläge der Türkei, schwerer Artilleriebeschuss durch die syrische Armee, im Originalton syrisches Regime genannt, und Luftschläge der russischen Luftwaffe töteten immer wieder Zivilisten. SNHR habe erklärt, dass mehr als 1000 Zivilisten im Jahr 2022 getötet worden seien, darunter 250 Kinder. Das sogenannte Regime und seine Verbündeten, gemeint sind Russland, der Iran und die libanesische Hisbollah, griffen auch gezielt kritische Infrastruktur mit Präzisionsraketen und zielgenauen Waffensystemen von Kampfflugzeugen an. Vor Ort ist zu beobachten, zur Wahrheit gehört, dass auch die bewaffneten Oppositionellen in Idlib, Drohnen und schwere Artillerie gegen die Gebiete einsetzen, die unter Regierungskontrolle stehen. Dabei werden auch Zivilisten getötet. Die Zahlen von SNHR über mehr als 1000 getötete Zivilisten, darunter 250 Kinder im Jahr 2022, lassen sich nicht verifizieren. Beweise für die Zerstörung kritischer Infrastruktur durch die syrische Armee und die russische Luftwaffe fehlen. Allerdings bittet Syrien seit Jahren darum, Unterstützung für die Rekonstruktion kritischer, das heißt ziviler Infrastruktur, wie Elektrizitätswerke und Wasserwerke zu erhalten, um die Bevölkerung im ganzen Land besser versorgen zu können. Alles, was sie erntet, ist Schweigen und Ablehnung seitens der westlichen Allianz. Im Lagebericht heißt es weiter, Gefahren gäbe es durch Minen und Blindgänger vor allem auf landwirtschaftlichen Flächen, die für die Produktion ausfielen. Teuerung, Inflation führten dazu, dass 90 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebten und 68 Prozent der Bevölkerung seien vom Hunger bedroht. Die Zahl der chronisch unterernährten Kinder steige täglich. Und schließlich heißt es, Opposition und Medien würden systematisch verfolgt und unterdrückt und es gäbe alltäglich schwerste Repression gegen Medienschaffende. Vor Ort ist zu beobachten, den Landminen und Blindgängern aus zehn Jahren Krieg fallen im ganzen Land Menschen zum Opfer. Vorwiegend Kinder und Jugendliche, die mit Ziegen und Schafen unterwegs sind, Bauern auf den Feldern oder Trüffelsammler. Die landwirtschaftliche Produktion ist jahrelang ausgefallen, weil Weizenfelder im Algarb und in Hazakeh von bewaffneten Regierungsgegnern kontrolliert wurden und werden, die ihre Ernte, wenn sie ernteten, im Nordirak oder in der Türkei gegen die Wiesen verkauften. In diesem Jahr allerdings war die Ernte gut, heißt es in Damaskus. Das lag unter anderem daran, dass viele Bauern mit ihren Familien nach Idlib in die von den Regierungen kontrollierten Gebiete zurückgekehrt sind, um ihre Felder dort wieder zu bestellen. Die Inflation hat viele Gründe. Die internationale Finanzkrise, die auch in Deutschland die Inflationsrate auf Rekordhöhe seit dem Zweiten Weltkrieg getrieben hat. Die einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen, also Sanktionen der EU und USA, die Wiederaufbau und Investitionen blockieren. Diese wiederum führen zu Korruption und einer Schmuggelwirtschaft, vor allem entlang der äußeren Grenzen und den innersyrischen Front- und Kontaktlinien. Die anhaltende Besetzung der syrischen Ölquellen im Nordosten des Landes durch US-Truppen verhindern, dass Syrien seine nationalen Ressourcen zur Versorgung der Bevölkerung nutzen kann. Mit der Behauptung, Opposition und Medien würden systematisch verfolgt und es gäbe schwerste Repressionen gegen Medienschaffende, werden alle syrischen und internationalen Journalisten, die im Land für Agenturen, Inlands- und Auslandsmedien arbeiten, für unglaubwürdig erklärt. Die Lage in Syrien ist schlecht, keine Frage. Im UN-Sicherheitsrat erklärte der UN-Koordinator für Nothilfe Martin Griffiths vor wenigen Tagen, die Menschen in Syrien haben mehr zu ertragen, als wir wirklich begreifen können. Der Plan für humanitäre Hilfe in Syrien im Jahr 2023 sieht laut Griffiths einen Etat von 5,4 Milliarden US-Dollar vor. Weniger als 12 Prozent davon seien bisher überwiesen worden. Der Westen ist nicht an einer Verbesserung der Lage interessiert. Eine Besserung scheint nicht absehbar und ist zumindestens von Deutschland, EU und USA auch nicht gewollt. Zumindestens nicht in den Gebieten, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden. Mit der Regierung Syriens, die auch mit einem Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York vertreten und auch dort ansprechbar ist, pflegt die Bundesregierung offiziell keine Beziehungen. Anders sieht es mit den besetzten Teilen des Landes im Nordwesten aus. Idlib wird von Al-Qaida, islamistisch und türkisch kontrolliert. Und Nordosten, der kurdisch und von den US-Amerikanern kontrolliert wird. Zwar gibt es keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu den jeweiligen Autoritäten. Allerdings existiert im Zuge von humanitärer und Nothilfe eine Zusammenarbeit. Idlib und andere von der Türkei besetzte Gebiete erhalten Zuwendungen durch den Syrian Recovery Trust Fund, kurz SRTF, angesiedelt bei der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Die Einrichtung, die gerade mal zehn Jahre Jubiläum feiert, wurde 2013 von Deutschland, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten zugunsten der Nationalen Koalition, der syrischen revolutionäre und oppositionellen Kräfte mit Sitz in Istanbul gegründet. Finanzielles Standbein ist die KfW. Der Umfang der Projektfinanzierung lag Ende Februar 2023 bei 332,15 Millionen Euro. Deutschland trägt dabei mit 86 Millionen Euro den Löwenanteil. Noch vor den USA, Japan und den reichen Golfstaaten Bachrhein und Vereinigte Arabische Emirate. Im Laufe der Jahre haben sich weitere Staaten angeschlossen und teilen die Vision für eine strahlende Zukunft der von bewaffneten Regierungsgegnern kontrollierten Gebieten im Nordosten Syriens und in Raqqa. Raqqa und andere Gebiete erhalten zusätzlich sogenannte Stabilisierungshilfe, die im Rahmen der US-geführten Anti-IS-Koalition sowohl in Syrien als auch im Irak in Wiederaufbau- und Stabilisierungsprojekte fließt. Nachzulesen bei www.auswertiges-amt.de Teile und Herrsche Es gibt also Hilfe für die Menschen in Syrien, in bestimmten Teilen des Landes. Der Rest Syriens, so Dana Strow, die heutige stellvertretende US-Verteidigungsministerin für den Nahen Osten, liegt in Trümmern. Der Wiederaufbau in mehr als 70 Prozent Syriens, das von der syrischen Regierung kontrolliert wird, soll nach US-Plan blockiert und das Land, selbst nach dem schweren Erdbeben am 6. Februar 2023, weiter wirtschaftlich und diplomatisch isoliert werden. Während die arabischen Nachbarstaaten, die arabischen Golfstaaten und auch die Türkei in den letzten Monaten deutlich gemacht haben, dass sie diese Politik nicht länger mitmachen und auf Syrien zugehen, beharren Deutschland und die EU gemeinsam mit den USA auf Isolation und Sanktionen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reiste extra nach Kairo an den Sitz der Arabischen Liga, um dort zu erklären, man lehne die Wiederaufnahme der Beziehungen mit Syrien seitens der Arabischen Liga AL ab und werde daher auch den ursprünglich geplanten EU-AL-Gipfel absagen. Die starre Haltung Deutschlands gegenüber Syrien zeigt sich auch in einem Disput zwischen dem Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate Rashid al-Homeri und der Vertreterin des deutschen Außenministeriums Katrin Buchholz, der bei dem Festakt zum zehnjährigen Jubiläum des SRTF in Frankfurt stattfand. Rashid al-Homeri würdigte den Fortschritt, der mit dem Fonds für das Leben der Bevölkerung erreicht werden konnte und sagte, die UAE freuten sich auf die vor uns liegende Zeit, wenn die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem SRTF für den Wiederaufbau ganz Syriens genutzt werden könne. Doch die Vertreterin des Auswärtigen Amtes Buchholz widersprach. Für Deutschland bleibe die übergeordnete Zielsetzung in Syrien eine politische Lösung des Konfliktes, entsprechend der UN-Sicherheitsresolution 2254, sagte sie. Dementsprechend bleibt unsere Position gegenüber dem syrischen Regime unverändert, solange Assad nicht bereit ist, sich sinnvoll in diesen politischen Prozess einzubringen. Und solange sein Regime täglich weiterhin ungeheuerliche Menschenrechtsverletzungen begeht, sind Deutschland und die EU nicht bereit, eine Normalisierung der Beziehungen in Erwägung zu ziehen, das Regime beim Wiederaufbau zu unterstützen oder die Sanktionen aufzuheben. Derweil werde man den SRTF als Instrument für die Opposition und die syrische Zivilgesellschaft mitfinanzieren, um Möglichkeiten und Perspektiven und Anreize in Syrien zu schaffen, die Unterdrückung zu beenden. Darum geht es dem vertraulichen Lagebericht des Bundesaußenministeriums und der Veröffentlichung. Isolation und Sanktionen gegen Syrien sollen aufrechterhalten bleiben. Die finanzielle Unterstützung des UN-Hilfswerkes für Flüchtlinge und für Rückkehrwillige soll unterbunden und die Initiative der Staaten der Arabischen Liga, die Beziehungen mit Syrien zu verbessern, das Land beim Wiederaufbau zu unterstützen und damit zu stabilisieren, soll blockiert werden. Dem NDR kam die Rolle zu, in der Öffentlichkeit Einverständnis für diese Regierungspolitik gegenüber Syrien herzustellen. Sonst hätte der Sender sich um andere Quellen wie zum Beispiel dem UNHCR bemüht. Der beschriebene Lagebericht zu Syrien ist mittlerweile teils geschwärzt und als VS, nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Auf dem Portal fragt den Staat einsehbar. Aktueller Lagebericht zu Syrien. Er ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Das war's für heute. Ziel in die rapidement